An Bord viele Journalisten, treue Kunde, aber auch der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Lufthansa, Herr Spohr. Herr Spohr, ich grüße Sie ganz herzlich. Für die Lufthansa sicherlich heute ein sehr besonderer Tag, oder? Ja, absolut. Aber natürlich nicht nur für die Lufthansa, sondern für Berlin, ich glaube für Deutschland, für den deutschen Luftverkehr, aber auch für uns, denn wir wurden 1926 in Berlin gegründet, durften 45 Jahre dort nicht hinfliegen. Das 30 Jahre dürfen wir das wieder und jetzt heute nicht nur mit der ersten Landung, sondern auch als Marktführer in Berlin Teil dieser sicherlich mittel- und langfristigen Erfolgsgeschichte BER zu sein, ist auch in der Tat für unser Unternehmen etwas Besonderes. Sie sind CEO von Deutschlands größter Airline, haben sicherlich mit vielen anderen Airlines auch Kontakt. Mussten Sie sich in der Vergangenheit manchmal so ein bisschen Hämer anhören, made in Germany, aber nicht bei Flughäfen? Nun weniger als CEO der Lufthansa, aber als deutscher Ingenieur hat man sich schon ab und zu mal geschämt. Das habe ich auch schon öffentlich gesagt, aber ich glaube, darum geht es heute nicht. Wir alle wissen, Flughäfen haben immer wieder auch Verzögerungen, auch der Flughafen, an dem wir hier stehen in München, war nicht pünktlich fertig. Und darüber spricht heute keiner mehr. Deswegen wünsche ich auch Berlin und dem BER, dass wir jetzt alle nach vorne schauen und nochmal auch wir dazu beitragen werden, dass hier eine Erfolgsgeschichte für den deutschen Luftverkehr entsteht. Ihre Airline ist ja seit Anfang der Corona-Krise im absoluten Krisenmodus. Bis jetzt haben wir gehört, dass die Lufthansa jetzt während des Winters auch nochmal so ein bisschen in den Winterschlaf geht. Herr Scheuer, der Verkehrsminister, der wird ja heute auch da sein. Und wie man hört, ist man da teilweise nicht so zufrieden mit Quarantänevorschriften, mit Reiserestriktionen. Was ist da Ihre Forderung? Nun, ich glaube, zunächst einmal ist ein wichtiges Element, dass wir das Thema Testen im Luftverkehr etablieren müssen. Testen statt Quarantäne lautet schon seit vielen Wochen unsere Forderung. Und die zweite Forderung, die nicht nur an die deutsche Bundesregierung geht, sondern vielmehr an die europäischen Regierungen und auch an die EU-Kommission ist, dass wir eine Vereinheitlichung der Reiserestriktionen immer möglich brauchen. Denn für den Kunden ist es kaum nachzuvollziehen, was noch erlaubt ist und was nicht. Und ich glaube, das müssen wir hinbekommen, um Luftverkehr wieder möglich zu machen. Denn auf Dauer können freie Gesellschaften, globale Wirtschaften wie die deutsche Volkswirtschaft, die europäische Volkswirtschaft nicht ohne den Austausch von Menschen nur existieren. Allein weil Güter weiterhin transportiert werden können, Daten und Finanzen, das reicht nicht. Wir brauchen auch wieder den freien Austausch von Menschen. Wir brauchen auch wieder den freien Austausch von Menschen.